Ich habe was ganz Tolles entdeckt, meine Damen und Herren, bei Jörg Pilawa in der Show. Und jetzt sagen Sie, Tolles bei Jörg Pilawa, das geht doch gar nicht. Natürlich geht das. Schauen Sie sich bitte mal diesen Ausschnitt hier an. Ich darf zum ersten Mal der Sendung offiziell einer Frau und Dekolleté gucken, weil ich darf vorlesen. Da steht, wir wollen zu TV Total. Martina und Gudrun wollen unbedingt zu Stefan Raab. Sie haben extra für ihn ein Lied gesungen. Das wollen wir natürlich jetzt alle hören. Es ist eure Bühne. Viel Spaß. Sie haben den Einsatz verpasst. Ein richtiger Skandal, meine Damen und Herren. Aber Jörg Pilawa war gnädig und hat sie nochmal einsetzen lassen. Pass ihr auf. Ich mache es nochmal. Die Bühne gehört euch. Ich bin ganz, ganz sicher, lieber Stefan Raab, wenn du das sehen solltest, Sie sollen bei Jörg Pilawa töten. Dort sehen Sie es fehlerfrei. Ich bin ganz, 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 ganz sicher. Meine Damen und Herren, das war natürlich überhaupt nicht super. Und deswegen haben wir Sie heute Abend hier zu TV Total nicht eingeladen.